Jo, da sind wir wieder zurück und... Ja, ich sehe schon, das wird spaßig, der Kampf. Okay, los geht's. Oh, 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 ich brauche eine Heilerin. Nein, nein, nein. Zu viel Schmerzen. Lemongel. Und Susu braucht auch gleich eins. Heil dich mal eben selbst, bitte, Susu. Äh, Sui. Mann. Boah, ey. Warum nur? Ging die alle zusammen? Ey, das sind die krasses... Das sind die Hauptcharaktere, was ich... Welcher Tales-Spieler? Oh, oh, oh. Knapp, knapp, knapp. Knappe Kiste. Moment. Ey, nicht Kless. Sui. Aua. Hallo, darf ich auch mal was machen? Ja, ich sehe schon, wie schwer es ist ohne Magier. Und Kless darf nicht sterben. Sonst bin ich tot und mir fehlen... Ich brauche mehr Lemongel. Ne, als allererstes will ich wissen, wie stark sind die Penner hier. Nehmen wir dir mal den vor mir. Was? Nehmen wir gar nicht so viel. So. Kurzer Rückzug. Strategischer Rückzug nennt man sowas. Nicht weglaufen. Ah, einer ist schon tot. Und alle... Die anderen beiden zusammen mal angreifen. Jawohl. Ja, es scheint gut zu klappen. Wow. Geschafft. 10.000! Wie? Wie kann das sein? Wie kann ich nur verlieren? Und... Gegen zwei... Mückige Menschen? Ihr dummi dir und... Und ich hab mal Fehler gemacht. Nein, falsch. Wir sind nicht nur zwei Menschen. Wir sind alle. Wir sind alle anderen auch. Unsere Freunde. Kless, Starn, Raid und ihre Freunde. Und... Jeder in der Stadt. Wir glauben an alle von ihnen. Deswegen... Um an den Leuten festzuhalten, die wir beschützen wollen. Den Leuten, die uns glauben. Tanathos, wir werden dich besiegen. Ha ha ha. Hass. Ich hasse euch. Deswegen hasse ich Menschen. Ich kann euch nicht glauben. Ich werde euch alle vernichten. Jeden von euch. Ich zeige euch, dass der einzige Weg... Äh... Dass der einzige Weg ist, an dich selbst zu glauben. Mit meiner absoluten Power. Moment. Als allererstes. Check. Magic Lens. Okay. Okay, wir probieren's mal. Also, eine Heilerin wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Jetzt mal ehrlich. Hallo, warum kann ich mich nicht bewegen? So, Sui. Gibt dir mal ein... Gibt mir hier irgendwas, was alle halt auf einmal... Das ist so scheiße. Ich wollte hier noch nicht reinlaufen vorher. Ich wollte doch auf Minte wechseln. Also, Sui ist... Ach, geil. Der Freeze Lancer. Ach, gut Glück gehabt, dass nicht alle drin waren. Life Bottle. Und kann es sein, dass Tarnatus irgendwie eine weibliche Stimme hat? Und hey, Teleport ist schwul. Nee, das bringt nix. Ich brauch Heilerin. Ansonsten muss ich hier alle 10 Sekunden immer nur Apfelgel, Apfelgel, Apfelgel. Au. Sag ich doch. Alle paar Sekunden muss ich hier ein Apfelgel einsetzen, sonst. Moment, ich will kurz was ausprobieren. Klappt Hourglass? Nein, klappt natürlich nicht. Okay, komm, verlieren wir einfach. Los, töte mich. Los, töte. Also, wirklich schwer ist es nicht, aber ich brauch halt eine Heilerin im Kampf. Das geht sonst einfach nicht. Ich hab ja irgendwo vorher gespeichert. Ja, und man hat sie nie wieder gesehen. Bla, bla, bla. Jetzt muss ich natürlich den Kampf gegen die anderen Kollegen nochmal machen, aber... ...sollte zu schaffen sein. Okay, wollen wir nochmal anfangen? Ähm... Was hat denn noch für Arzt? Timestop ist ihr letztes Arzt, so. Ich bin nach rechts gegangen, ne? Und dann nach oben. Und die Treppe hoch. Äh. Nee, Moment, hier bin ich gar nicht gegangen. Hö. Zack, verlaufen. Aber wo ich doch gerade hier bin, kann ich auch gucken, was da hinten ist. Okay. Blabla. So, was ist denn hier oben dann? Moment, B2? Wo komme ich denn da raus? Also, mit der Abkürzung nach oben? Das wäre praktisch. Dann würde ich gerne nochmal in den Laden gehen und meine Sachen heilen. Ja, komm. Hier, Panacea. Habe ich noch so viele. Auf dich. Genau. Mal dinken. Mal dinken. Immer noch nicht. Stirb endlich, verdammt. Endlich. Und du keines Vieh, du nervst auch schon übelst. Ha. Panacea direkt wieder zurückbekommen, was ich eben verbraucht habe. So, so, da drin. Okay, jetzt ist irgendwas passiert irgendwo. Aber, nicht wehtun. So, hier geblieben. Yo. Jetzt bin ich wieder BB1. Ah, und jetzt hat sich hier das Tor geöffnet. Uh, praktisch. Nehmen wir mal hier was zu. Frage ist auch, bleibt das offen, wenn ich das Gebiet verlasse? Moment, mach das eben nochmal. Das hat ganz sehr viel abgezogen. Das war das Tor schon gleich, ne? Wow. Gut, ich wollte, ich glaube, ich werde erstmal gleich meine Sachen hier mit allem boosten, was ich nur habe. Okay, ich kann wieder gehen. Und dann geht's los. Ja, ne, Moment, ich komme von unten. Aber natürlich, ich komme von oben. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, woher ich kam. Ne, ich glaube, ich komme von unten an Mary und so weiter vorbei. Oder habe ich die erst später gesehen? Äh, ja, weiter nach vorne zum Kloppen. Ja, das ist eindeutig ein Labyrinth. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ist immer noch nicht tot, verdammt. Mann. Die Gegner halten viel zu viel aus. So, ich glaube, oben muss ich lang. Ja, bei ist die Treppe. Mann. Ich habe keinen Bock. Vor allem auf das nervigste Monster von allem, was auch am längsten braucht. Aua. Ach, mir reicht's. Äh. Mann. Mann. Alles salah.